Musik Es ist der 17. August 2018, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler, atemlos durch die Nacht. So, damit haben wir das Niveau der Besserung. Herzlich Willkommen aus Z... Wie heißt das? Oh Gott. Zibese? Zibese? Zibese. Egal. Von Potsdok 2018, wir sind gerade live auf der Bühne mit einem hochmotivierten, aber wenn auch gleich etwas aus der Zeit geratenen Team. Und dieses Team besteht diesmal aus meiner Linken, aus dem wunderbaren Lars. Hallo Lars. Hallo allerseits. Wie geht's dir? Ja, ist Potsdok, kann nur gut gehen dann. Bekommst du Luft? Ja, mehr als du gerade. Zur Erklärung, ich musste gerade noch einen Besorgungsgang machen. Ähm, ähm, äh, die Erde hat ein wenig gebebt. Ich hoffe, bei irgendwelchen Seismografen ist jetzt kein Ausschlag und sich überhaupt in Skalen. Na gut, auf jeden Fall sind jetzt alle Requisiten hoffentlich da, aber nicht zu den Requisiten zählt der, ähm, gerade etwas. Nicht so ganz frisch wirkende Sebastian. Hallo Sebastian. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Das war nur ein kurzer Gäner, ja. Ja, wir haben ja vorhin... Für die Audio-Zuhörer. Ja, ähm, wir haben ja vorhin schon eine kleine Einführung hier zu Ihnen, das in die Veranstaltung gegeben, ähm, da hast du ja zugegeben, dass du tatsächlich auch gelegentlich mal schläfst. Ja. Wahrscheinlich ist das die Vorstufe dazu. Genau, ich mach mich schon mal... Bereit jetzt nicht schon mal drauf. Ich ziehe keinen neuen Schlaf. Wann ist die Gelegenheit je besser als im Sendegarten? Joa, hier ist ein Schnarchenmuseum, ne? Du sagst es unter dem Tisch, es ist sehr schön dunkel. Ja, aber da sind meine Füße, da willst du nicht sein, das sage ich dir. Okay, ähm, das Niveau ist wirklich heute unter... Unter den Tisch. Unter besonderen Bedingungen, sagen wir es mal so. Und damit das nicht ganz so schlimm wird mit uns drei Kerlen, haben wir uns eine Gästin eingeladen, die Lara. Hallo Lara. Hallo. Das ist auf unserer virtuellen Gartenbank, du kennst das ja, vom Sendegarten, vielleicht. Klar. Da. Wollen wir immer so ein bisschen aus den Podcasterinnen und Podcastern heraus, gucken wir mal, wie die Leute so sind oder wie sie halt nicht so sind. Genau. Bist du zum ersten Mal? Ne, bist gar nicht beim ersten Mal, Quatsch. Podstock. Was bedeutet Podstock für dich? Fangen wir mal so damit an. Was bedeutet Podstock für dich? Ganz viele Podcaster, will ich jetzt mal ganz pragmatisch zu sehen. Viele tolle Leute, die... Würdest du nur sehen. Also wenn da jetzt eine Mauer wäre, so ein Glaskasten oder so, so ein Aquarium, die machen alle... Ja, bitte alle ins Aquarium. Was würde dir reichen? Nein, ich rede auch gerne mit ihnen so. Das ist auch okay. Okay. Nee, ganz viele tolle... Verschiedenes. Podcasts über andere Dinge. Ich habe mir jetzt keine Liste gemacht. Ja, aber vielleicht so aus dem Stand, so aus dem Hut, aus dem Flaming, aus der Hüfte. Also die zwei Podcaster, mit denen ich heute schon geredet habe, sind beide Teil meines Neues Podcasts und zwei gesehen haben... Das sähe ich nicht. Das gilt es nicht. Die sind ja... Die hören ja dabei. Das sind die zwei Beispiele, die mir ins Sinn gekommen sind. Sonst habe ich diverse Leute schon begrüßt. Und dem armen Daniel, dem Pumpelfalter, habe ich meinen Käse in die Hand gedrückt. Das sah ganz perplex aus, aber dafür ist jetzt der Käse gekühlt, weil wir, das darf ich vielleicht sagen, dann morgen auch noch so Guerilla-mäßig eine Käse-Käler-Folge machen. Uh, Guerilla-mäßig. Guerilla-Käse. Ja, ja, ja. Ja, also es stinkt zumindest. Aber, weil es nicht angemeldet ist. Ich habe gelernt, dass man Käse drücken kann und dann schwitzt er. Ja. Manchmal auch nicht. Manchmal ist er dann noch trocken, ledrig. Ja. Okay, da kommen wir gleich zu. Das haben wir alles auch schon durchgehabt, die Stadien. Wunderbar, wunderbar. Ein Wort vielleicht noch zu Potsdam selber. Hier diese Veranstaltung in Sibbese, in der Nähe von Hildesheim, 2018, jetzt in der fünften Durchführung. Ja, liebe Zuhörende, wir holen ein bisschen von dem, was wir gerade schon hatten. Ist ja eine andere Aufnahme, ist ja ein anderer Kanal. Und ich sehe gerade, ich wollte ein Wort zur Deko sagen, was wir hier so aufgefahren haben. Vor dem Tisch liegen ganz wunderbare Sendegärten, die gebaut wurden, einmal von der Dela und einmal von der Vera, Verküktheiten und Dela saß da, einmal in Wolle und einmal in Küken. Ganz, ganz großartig. Das können wir jetzt leider hier nicht zeigen. Den Sendegärten, die man sieht, die auf unserer Webseite zum Beispiel aber auch. Und um nochmal die Tradition des Potsdocks aufleben zu lassen, was der Sebastian da gerade zusammenbaut, das ist ein, wie haben wir den genannt, Sendebaum? Nicht Sendebaum, Kabelbaum. Ein Kabelbaum, den der Rhein-Mai seinerzeit, da ist er, wann war das, 2015? Nee. 16. Vor zwei? Hast du uns den gebracht, du hast uns eine Kabelkunde mitgebracht und da hast du anlässlich dieser Kabelkunde diesen Kabelbaum gebaut und ich finde den einfach so schön, dass ich ihn immer wieder mitbringe und ich finde, also der ist einfach schön. Du hast aber schon ein bisschen was verloren von dem Kabelbaum. Nein, da ist alles drin. Sicher? Ja. Dann war der nicht vollzählig. Ich gucke dann mal danach. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oder sind welche doppelt gehängt? Ja, guck mal, da, 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 aber mich verantwortlich machen, ist klar, ist ganz. Auch Baumschmücken will gern sein. Baumschmücken ist ja auch eine Art von Garten sozusagen. Ja, so, also die Deko nochmal, und wir haben hier mitgebracht noch eine Sorgenkanne, das ist unser spezielles Sorgentelefon sozusagen, wir haben es heute mal nicht angeschlossen, aber wenn ihr irgendwie dem Sonnigarten etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr dann später gerne in diese Sorgenkanne sprechen oder zum Beispiel auch in die Kommentarspalten unseres Webseite-Dings reinschreiben. So, in der Reihenfolge unseres, also vielleicht noch für alle die, die den Sendegarten nicht kennen, es ist nicht immer ganz so chaotisch wie heute. Nein. Wir schaffen es auch, fassend immer, ohne technische Fehler, pünktlich zu beginnen. Das ist schon wieder, du hast schon wieder fast gesagt. Wir schaffen es immer, ohne technische Fehler, pünktlich zu beginnen. Nein, das ist auch falsch. Sag ich, aber dann bitte, was denn? Zwischen fast und nie und immer. Ja, wir wollten uns die Sendung jetzt durchgehen. Ja, dann fang an. Alles fang am Anfang. Ich hole eben das Archiv hoch, warte, geht dann los. Nein, also der Sendegarten ist, wer sagte es mal, Boulevard, war das Ajuvo? Ich glaube, Ajuvo hat es gesagt. Es ist eine Boulevard-Sendung. Eigentlich das, was wir am wenigsten wollen eigentlich, aber es hat sich einfach so ergeben, indem wir nämlich über das Podcast-Land reden. Es gibt da so eine gewisse Historie noch aus der Pott-Union heraus. Rico Lüthi hat da seinerzeit mal die Pott-Union, das Pott-Union-Magazin ins Leben gerufen. Das ist irgendwann eine langlängliche Geschichte, brauchen wir hier nicht aufzurollen. Ist das, war es nicht mehr existent. Es war aber schade, denn dieses digitale Lagerfeuer, wie wir das gerne nennen, oder Gartenfeuer, oder wie nennt man das? Feuer, ja, Feuer. Die digitale Feuerschale. Oder so. Digitale Feuerkorb. Auch das. Flammenwerfer-Feuerkorb. Flammenwerfer ist etwas drastisch wohl. Ja, es sind zu viele Bilder. Mach einfach weiter. Wunderkerze. Die digitale Wunderkerze. Oh. Nicht gut? Doch, das ist zu gut. Das digitale Aluminiumfeuer. Das hat uns gefehlt, oder mir jedenfalls, mir hat das gefehlt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch weitermachen. Und dann hat es diesen Sendegarten gegeben als 14-tägige Magazinsendung mit Themen rund ums Podcast-Land. Ein einzelner Gärtner ist natürlich ein bisschen langweilig, schöner ist es im Team. Wir haben mit einer Fünfköpfchengruppe angefangen, die hat sich so ein bisschen durchmischt. Einige sind in so einer Art Tausen-Status. Da ist, wie Tim immer so schön sagt, das Leben dazwischen gekommen. Da gibt es einfach andere Themen, die wichtiger sind. Und im Moment sind eben Sebastian und Lars, die mit mir gemeinsam das hier hauptsächlich tun, aber nicht ausschließlich. Das kann sich immer mal ein bisschen ändern. Wir haben so ein bisschen eine Struktur, dass wir uns über die eingegangenen Kommentare der letzten Sendung austauschen. Meistens geht das kurz. Ist das richtig, kann ich das sagen? Meistens kurz. Fast immer. Du darfst alles sagen, was du möchtest. Ja, aber dann korrigierst du mich hinterher. Ist ja jetzt die Qualitätskontrolle. Ja. Ja, nein, vielleicht. Suchst du dir doch aus. Okay. Ich bin schon ziemlich platt. Ja, du hast den Kabelbaum gebaut. Ich lasse dich jetzt in Ruhe. Genau. Und das Besondere an den Sendungen ist in der Regel, dass wir einen Gast oder eine Gästin dabei haben, um einfach mal zu fragen, was ist denn eigentlich in seinem oder ihrem Garten, Sendegarten. Das Gartenmotiv ist insofern interessant, weil wir alle, wenn wir von dem Wort Garten hören, haben wir irgendeine Vorstellung. Ich kann mit jedem Menschen das Wort Garten besprechen, aber was wir damit verbinden, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Der eine hat seinen Obstgarten, der andere seinen Ziergarten, ein dritter hat vielleicht nur Steine da, weil das ein Steingarten ist. Oder so ein Meditationsgarten oder so. Gärten gibt es unendlich viele Formen. Und so ähnlich ist es ja in Podcasts und Podcastformaten auch. Also ich kann mit Lars, wie war dein Name noch? Ich bin sehr erleichtert gerade. Ich kann mit Lars beispielsweise über Podcasting sprechen, ich kann aber auch mit jemand anderem über Podcasting sprechen oder über Podcast sprechen und beide können was komplett Verschiedenes verstehen. Der eine meint eine vierstündige Labersendung und der andere hat vielleicht nur ein Einwort-Podcast oder der macht einen, geht's noch? Ein politisches Format, wo wirklich Pfeffer dahinter sitzt und die anderen machen vielleicht eine philosophische Abhandlung von Themen, die zeitlos sind. Das ist also sehr, sehr breit gestreut und insofern ist Garten und Garten und Garten und Podcast und Podcast eben so schön breit, dass man es benutzen kann. Deswegen ist dieser Name unter anderem entstanden. Und willst du noch ein bisschen was zu Putsdok sagen? Kannst du noch mal was? Ja, noch mal was. Irgendwas kann ich auch rausbringen. Bevor du ganz weg nickst, dann. Irgendwas Spezielles oder Allgemeines jetzt? Was möchtest du hören? Wir sind in der fünften Durchführung, haben wir gerade gesagt. Die ersten zwei hat der Branko Schano. Branko gemacht, auch nicht ganz alleine. Nee, da waren noch andere dabei. Sven Menke und Chris. Christian Cordes. Oh, 100 Punkte. Hier. Wunderbar. Danke. Mag ich zwar nicht, aber danke. Okay, so. Die kamen von einem Hörertreffen von Tim Pridlaff und Holger Klein aus den Rheinwiesen in Düsseldorf und waren so begeistert von der Stimmung, die da geherrscht hat. Dann haben sie gesagt, sowas müsste man konservieren, das müsste man öfter machen und kamen dann auf die Idee, sowas wie Woodstock für Podcaster zu bauen. Genau, das war der Grundgedanke und dann irgendwann kam Branko halt auf mich zu und dann hat er auch gesagt, so das findet halt statt und dann habe ich da zum ersten Mal, also nicht zum ersten Mal, ich war glaube ich auf dem ersten Podlove Podcaster, ne Publisher Workshop, Podlove Publisher Workshop, genau so war es. Noch damals, was jetzt Subscribe heißt. Suchst du aus. Genau. Und dann, ja, dann war ich da zum zweiten Mal unter Podcastern und Podcasterinnen. Und dann hat Branko irgendwann aufgehört, weil das Leben dazwischen gekommen ist und hat gesagt, was machen wir jetzt und dann hast du einfach gesagt, ich fand das so toll, ich möchte das jetzt weiter, dass es weiter passiert. Das ist ja schade, wenn das stehen bleibt und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche es mal weiterzumachen und bis jetzt bin ich guter Dinge, das auch noch, also nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal zu machen und dann, ja, von Jahr zu Jahr mal zu gucken, wie das Leben so läuft. Ich meine, bei mir kann ja auch irgendwann mal was dazwischen kommen, dass es irgendwie nicht mehr so läuft, aber ich bin ja auch nur ein Mensch, nicht nur eine Maschine. Deswegen mögen wir dich, weil du ein Mensch bist, genau. Sehr schön. Ja, also das vielleicht ganz kurz zum Resümee, was ist Podstock eigentlich? Also das ist ein Zusammentreffen von Podcasterinnen und Podcastern. Viele haben mich gefragt, was ist denn der Unterschied zu Subscribe, wenn man sich da trifft und die einfache Antwort, die ich immer gerne gebe ist, weil das Subscribe wird gearbeitet und ein bisschen gefeiert und beim Podstock wird viel gefeiert und ein bisschen gearbeitet. Also das ist so, also der Schwerpunkt liegt einfach auf einer anderen Ebene sozusagen. Es ist ja nicht so, dass hier nicht gearbeitet wird. Ja, doch. Wenn ich mir die Bühne so anschaue und überlege, wie viele fleißige Hände hier irgendwelche Traversen gebaut und Scheinwerfer angebracht haben und Strippen gezogen und Pegel eingestellt, sodass ich den Lars auch verstehen kann. Was? Entschuldigung. Das ist ein, das hängt, oh. Aber ihr habt den Tisch weggezogen. Das zieht noch nach, das wirkt noch nach von der... Ihr habt aber dieses Jahr nicht gesungen, oder? Nein. Schade. Ja, es gab keine Tonne. Aber das sind immer so die spontanen Sachen, die man nicht wiederholen kann, ne? Ja, dabei hätte ich was vorbereitet gehabt. Aber nein, siehst du, das spontane... Spontan vorbereitet. Ja, genau. Spontan vorbereitet. Ja, das ist also hier unser Podcast-Teil und wir dürfen mit dem Sendegarten hier live vor Ort sein. Das ist ja immer besonders schön, dass man den Herrschaften dann auch mal in die Augen schauen kann. Ja. Oder in die Ohren. Nicht so, da ist ja... Sonst kann ich immer mein Mikro runterdrehen, dann merkst du gar nicht, dass ich gehe. Dass du schnarchst, genau. Heute fällt das natürlich sofort auf. Ja. Und wie gesagt, wir holen uns dann einen Gast, oder wer ist Gästin? Das ist ja ein offizielles deutsches Wort. Auch wenn ich immer wieder ein bisschen darüber stolpere, aber Gästin ist tatsächlich ein offizielles deutsches Wort. Findest du das okay? Oder ist dir das wurscht? Kannst du mich auch das nennen? Ja? Kannst du auch Lara nennen? Oder Lara. Lara ist da, Lara ist gekommen als Mensch auf der Gartenbank, virtuelle Gartenbank. Wir sagen immer, das ist eine Gartenbank. Und dann, wir hatten auch schon mal tatsächlich eine, letztes Jahr, glaube ich. Aber da haben wir drauf gesessen und nicht der Gast, das war sehr witzig. Es war ganz andersrum, als so gedacht. So, Lara ist da und dann gehen wir einfach auch mit ihr auf die Gartenbank und gucken, hören wir mal so, wer Lara denn eigentlich ist. Magst du? Ja, liebe Lara, du nennst dich die Auslandsschweizerin, weil du eine Schweizerin bist. Ja, korrekt. Korrekt. Immer noch, ja. Ah, ich habe da was gelesen und höre da schon was, aber da kommen wir später vielleicht nochmal dazu. Was treibt dich denn überhaupt zum Podcast? Wann hast du denn zum ersten Mal ein Mikrofon in der Hand gehabt und warum? Mein erster Podcast und meine erste Podcast-Erfahrung ist jetzt dann bald drei Jahre her, am 1. Oktober 2015 war das. Damals die erste Folge von Das Leben als Auslandsschweizerin, mein Personal Podcast. Das Leben als Auslandsschweizerin. Genau. In Deutschland dann. Also du hast im Prinzip die Erfahrungen, die du in diesem komischen Land mit den Menschen, die nicht die Berge kennen, gemacht hast. Naja, ein bisschen Berge kennt ihr schon. Frag mal Sebastian, frag mal Lars. Ja, ja. Kennt ihr Berge? Ihr würdet es wahrscheinlich eher so als Hügel oder Sandhaufen sein. Sandhaufen? Du wohnst doch auch in einem Land, wo man mittwochs schon sehen kann, wer samstags zu Besuch kommt, oder? Ja. Der ist uralt, den hat man auch mal schon erzählt. Also bitte, das ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen. Letzte Woche ist der dann bei uns angekommen. Okay. Alles gut. Die Schweiz klingt ja eigentlich immer sehr, ach, das ist die selbstständig, die kann sich verteidigen. Das sind die, also irgendwie hat Schweiz immer so ein bisschen, ja, man möchte das so ein bisschen bewundern eigentlich. Und jetzt gehst du aber da weg, aus dem tollen Land Schweiz, was für viele auch ein Ziel ist, gehst du weg. Warum denn eigentlich? Was hat dich denn in der Schweiz vertrieben? Also damals, vor über acht Jahren, war es damals mein erster Job und mein erster Freund. Das, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe meine Ausbildung fertig gemacht und er hat in Deutschland gelebt. Und ich habe gesagt, okay, ich muss sowieso einen Job suchen, so nach der Ausbildung. Und dann habe ich mir einen Job in Deutschland gesucht. Aber in der Schweiz verdient man doch so viel mehr. Komm. Ja, in manchen Branchen mag das stimmen. Aber in der Bibliotheksbranche, wo ich gearbeitet habe, ist das nicht unbedingt der Fall. Okay. Das ist jetzt nicht der hochbezahlte Job im IT-Wesen oder so. Also es war halt einfach Bibliothekarin. Und wie gesagt, da war halt die Liebe. Und dann habe ich halt einen Job in Essen gefunden. Da habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Im Ruhrpott? Im Ruhrpott, ja. Oh, gut. Ja, genau. Es war ziemlich ein Kulturschock. Nein. Ja, ich hatte so die Vorstellung, ich bin wirklich mehr und weniger auf dem Dorf aufgewachsen in der Schweiz und hatte dann so die Vorstellung, hey, du gehst in die große Großstadt, wo alles cool ist, du hast die Konzerte direkt um die Ecke und dann bin ich in Essen gelandet und gemerkt, wenn du aufs Konzert gehen willst, musst du immer noch nach Köln und es ist alles doch nicht so ganz cool und ja, großstaatmäßig und ja, es war ein ziemlicher Kulturschock. Ich konnte mit der Mentalität der Leute auch nicht so ganz was anfangen. Es ist doch schon ziemlich anders. Kannst du die in zwei Sätzen beschreiben? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Ruhrpottler haben wir auf dem Potsdok. Ich möchte danach noch leben. Ich weiß nicht, es war halt so dieser, dieser, ja, muss halt und so ein bisschen, das hat ein Ruhrpott und da kannst du nicht so viel warten und das war so ein bisschen, ich weiß nicht, es war mir ein bisschen zu engstirnig und ein bisschen zu mürrisch und so. Es war schon halt. Ja, spannend, das ist ja eigentlich, normalerweise sagen wir, da sind immer ganz lockere Leute, die sind total offen und da ist alles egal und easy going und so weiter und das ist mal ein ganz anderer Eindruck. Schön. Ja, das war damals so ein bisschen mein Eindruck, ja. Und dann habe ich dann meine Stelle gewechselt. Entschuldigung, was ist so mit Distanz? Ich weiß, dass Schweizer eher so reserviert sind, so ein bisschen kühl und man braucht auch relativ lange, um mal so ein bisschen da so in die engere. Quasi die Japaner von Europa, ja. Genau. Und der Ruhrpottler ist ja eher so, man muss sich den vom Leibe halten, sonst kommt der einem gleich so in die Pelle gekrochen, ja. Hast du das so wahrgenommen auch? Oder was war dein Standardspruch, dass er dich in Ruhe lässt? Oder die Frau, muss ja kein Mann sein. Tatsächlich, tatsächlich hatte ich den nicht. Also ich habe einfach versucht, da irgendwie klar zu kommen. Ich hatte einen sehr guten Arbeitskollegen, der hat mir sehr viel erklärt, wie das so ein bisschen, der war wirklich geborene Essener und hat mir so vieles erklärt, so ja, wie das hier funktioniert. Und das war dann so ein bisschen einfacher. Irgendwann mal gewöhnst du dich ein bisschen auch daran, aber ja, es war halt schon anders zur Mentalität der Schweizer, ja. Und dann hast du eine Weile im Ruhrpott gelebt und dann hast du gesagt, also das ist jetzt aber auch nicht so. Ja, also ich habe einen Job gewechselt. Etwas besseres als den, dann finden wir überall so. Genau, also ich habe einen Job gewechselt. Ach ja, so, klar. Und habe dann in Nürnberg gelebt, so ungefähr ein halbes Jahr lang und in Ansbach gearbeitet. Nürnberg war super, also an dieser Stelle Nürnberg ist richtig toll. Ansbach ist wirklich Mittelfranken und da war ich dann wirklich der Exot und das war komisch, weil ich dachte so, ja, also Bayern und die Schweiz sind jetzt nicht so weit auseinander und ich kenne mich doch mit den Altenvölkern ein bisschen aus und musste dann so erkennen, dass ich so mit meinem Akzent und meinem vermutlich Auftreten, keine Ahnung, so wirklich angeeckt habe. Mehr als im Ruhrgebiet? Ja. Ach. Und das war schon sehr merkwürdig. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, ich hätte niemals gedacht, dass Leute, von denen ich immer so dachte, dass sie den Schweiz eigentlich doch sehr ähnlich sind, dass die mich dann eher ablehnen würden. Aber ja, das war irgendwie, das war merkwürdig. Und dann bin ich dann auch, wie er, habe ich dann auch gesagt, ich möchte was anderes machen, und habe das Abendgymnasium gemacht, bin zurück nach NRW, aber dann nach Düsseldorf und habe da drei Jahre dann das Abendgymnasium gemacht. Düsseldorf ist nicht Ruhrgebiet, ne, ist klar. Ja. Das ist was ganz anderes, ganz anders. Das ist eine richtige Großstadt. Landeshauptstadt. Ja, und für speilte Verhältnisse. Da fahren gepanzerte Limousinen hin und her, genau. Ja, auf jeden Fall, dann habe ich halt nach dem Abitur noch ein bisschen gearbeitet, noch ein bisschen gereist und dann bin ich dann wieder jetzt übergesiedelt nach Wiesbaden. Das war im April 2017 für mein Studium und da bin ich seither. Aber die Hessen sind auch speziell irgendwie, oder? Es geht. Geht? Es geht. Also ich finde, Wiesbaden ist zwar jetzt nicht unbedingt Düsseldorf, also so größenmäßig oder so, es ist jetzt nicht so cool und hip, aber es ist halt, ich weiß nicht, ich finde Wiesbaden ist das, ist quasi das, was Bären für die Schweiz ist. Es ist so ein bisschen, ja, wir sind schon ein bisschen dabei, wir sind jetzt nicht so total uncool, es geht schon ein bisschen was ab, aber auch nicht so viel. Wir haben auch, ja, das ist so gemäßig und ich finde es mittlerweile ziemlich cool. Also die Mischung zwischen Konservativ und Avantgarde so irgendwie so auf der Grenze? Ja, es ist halt, ja, ich finde halt, Wiesbaden ist auch gut angebunden an Frankfurt, wenn man wirklich mal die richtige Großstadt haben will. Das Beste an Wiesbaden ist die Autobahn nach Frankfurt, oder was? Nein, nein, das kann man ja nicht sagen. Ja, solche Dinge habe ich schon mal gehört. Ja, ach was. Aber, ja, ich finde es mittlerweile ziemlich gut, aber ich weiß noch, als ich anfangs 20 war und damals nach Deutschland gekommen bin, war wirklich mein großer Gedanke, hey, du bist in einer coolen Großstadt, wo der Bär stirbt und da fand ich Bären richtig doof, weil da habe ich meine Ausbildung gemacht und mittlerweile, wie gesagt, lebe ich in Wiesbaden, was Bären noch ziemlich ähnlich ist in vielen Dingen, weil ich denke, hey, heute ist das ganz cool und heute, wenn ich Bären besuche, finde ich es auch ganz okay. Also ich glaube, das hat sich mit dem Alter ein bisschen geändert. Bist du aus Bern gebürtig oder aus einer anderen Stadt noch? Ich bin aus dem Kanton Bern gebürtig, ich bin im Gotthelf, Jeremias Gotthelf, Hemdorf aufgewachsen, was das irgendjemand sagt, schwarze Spinne etc., Autor. Ja sicher. Ja, 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 und das ist halt tiefstes Emmental und ja, habe eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit im Emmental gewohnt, dann noch eine Zeit lang ein bisschen außerhalb, aber eigentlich gebürtig immer Bern, also Kanton Bern. Wie werden die Berner so unter den Schweizern bezeichnet? Langsam. Ich dachte, sind das nicht die Basler, die so langsam sind? Nein, 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 die Basler sind sowieso fast halbe Deutsche, aber... Ach ja, natürlich, klar, okay, die sind schon, ja. Nee, aber tatsächlich aus sehr langsam und gemächlich und ich würde schon sagen, dass das irgendwo ein bisschen stimmt, so rein vom Dialekt her ist es ein bisschen langsamer, zum Beispiel Basler oder Zürcher Deutsch, aber auch so von der Lebensart her ist es so ein bisschen langsamer, dass man auch ein bisschen unterscheiden muss, ob das jetzt jemand ist, der natürlich in der Stadt lebt und einen schnelleren Lebensstil gewohnt ist oder jemand, der hat im Land lebt und, wie gesagt, seinen Bauernhof hat und täglich dasselbe macht. Wie hast du es geschafft, diese Langsamkeit nicht anzunehmen? Ich weiß es nicht von Geburt an, ich war schon für eine Schweizerin immer sehr schnell und ich habe das Gefühl, seit ich in Deutschland lebe, ist es nur schlimmer geworden. Also es ist, meine Familie meinte dann immer irgendwann mal auch so, hey, du bist voll vergermanisiert, du bist so schnell, du redest... Was bist du voll, was? Vergermanisiert. Vergermanisiert, boah. Ja. Das ist das schlimmste Schimpfwort, was man einem Schweizer in den Kopf werfen kann. Du bist ja voll vergermanisiert. Ja, es ist so, aber ich glaube, so Deutschland ist eigentlich letztendlich das, wofür ich mehr oder weniger geboren worden bin. Ich bin nicht die typische Schweizerin und da, umso paradoxer war es, dass ich tatsächlich einen Podcast über Schweiz mal gemacht habe. Da willst du ja auch in die Niederlande gehen können oder nach Österreich zum Beispiel. Ja. Nein? Ja, nee, nee, nee. Ich finde es eigentlich Deutschland toll. Ja, mir gefällt Deutschland. Okay. Ja. Warum nicht? Oh, eine Lanze gebrochen. Ach, jetzt ist jemand stolz auf dieses Land. Man kann auf das nicht stolz sein, was man nicht selber gemacht hat. Okay, das ist man da hingeworfen. Jetzt hast du ja dann berichtet über diese Art und Weise, also das Leben als Auslandsschweizerin. Ja. Auslandsschweizerin heißt ja, ich bin im Ausland als Schweizerin. Ja, so ist das, glaube ich, zu verstehen. Genau, für Deutsche ist es, glaube ich, ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber für Schweizer macht das voll Sinn, weil jemand, der halt Schweizer ist und nicht in der Schweiz lebt, ist automatisch ein Auslandsschweizer. Und deswegen ist halt auch der Begriff Auslandsschweizer, Auslandsschweizerin eigentlich sehr geläufig. Ja. Aber ja klar, was bin ich denn, Auslandsschweizerin, ja. In Deutschland sagt man ja dann so Expat oder sowas, das ist voll durchgermanisiert. Und dann hast du auch davon erzählt, also wie es dir ergangen ist in deinen verschiedenen Stationen und mit der lustigen Variante, dass das einmal auf Hochdeutsch und einmal auf Berndeutsch gemacht hast. Ja, genau. Und da auch sehr ruhig gesprochen hast, in der ruhigen Berner Art. Ich habe es probiert, ja. Ja, hat nicht funktioniert. Man hört dann am besten auf 0,5, dann kommt man ungefähr mit. Ne, also tatsächlich fängt mir das Berndeutsch-Reden doch ein bisschen schwerer, weil ich es halt nicht mehr tagtäglich mache und auch eigentlich, wenn ich es halt mit mir selbst mache, habe ich halt niemanden, der mir antwortet, das macht das Ganze so ein bisschen, ja, dann wirst du halt nicht besser mit der Sprache. Du brauchst wie jemanden, der dir immer wieder antwortet, damit du dich an Sprachtempo wieder anpassen kannst. Und das merkt man in meinen Folgen schon an. Ich weiß, dass viele Schweizer sagen, das ist kein richtiges Schweizerdeutsch. Also schon vergermanisiertes Schweizerdeutsch. Genau, genau. Ist nicht mehr sauber. Genau. Aber für die Deutschen reicht es. Und das ist so ein Qualitätsanspruch. Die Schweiz-Simulation reicht für uns. Okay, ja, ja, ja. Wir sind ja genügsam. Wir glauben alles. Wenn Hafe Kerkeling-Holländisch spricht, ist das ja auch sicher, klar. Und dann ist es nur... Ja. Also ich meine, man darf ja so sagen, in der Schweiz sagen auch viele, dass die Deutschen sowieso keine French-Sprachen können und daher ist es ja auch cool. Das ist wirklich ein bebreites Vorurteil. Ein dreisprachiges Land hat natürlich einfach mal von Konstruktion an einfach Vorteile. Was können wir? Friesisch? Bayerisch? Bisschen hessisch? Genau, genau. Ja, es bewegt sich, die Bühne. Aber es ist nur der Wind, glaube ich, hoffentlich. Gut. Ja. Den machst du aber nach wie vor, diesen Podcast, der läuft auch nach wie vor. Den mache ich nach wie vor, nicht mehr so regelmäßig wie vorher. Nicht unbedingt mehr immer Bernd Deutsch und Deutsch, weil ich oft auch höre habe, die sagen, wenn du Bernd Deutsch sprichst, verstehe ich überhaupt nichts. Und dann ist es halt irgendwie bequemer, immer alles auf Deutsch zu machen. Ist aber tatsächlich auch nicht mehr den Podcast, den ich hauptsächlich mache. Soll ich die Überleitung machen, oder willst du sie machen? Mal gucken, wo es hinführt. In welchen Keller? Ich mache... Indurch den Keller. Ich mache einerseits seit... Über einem Jahr mit Daniel vor Pumpefalter mache ich den Käsekeller, wo wir Käse probieren. Es ist unser Bilderrätsel geplatzt. Verdammt. Sollen wir es noch so versuchen? Also wir versuchen das jetzt mal. Wir unterbrechen jetzt hier an dieser Stelle und machen ein Bilderrätsel. Ähm, Lara, kannst du auflösen, was du auf diesem Bild siehst? Oh mein Gott, ähm, Schmetterling, Bär und... Ist das Bärenstein? Nein. Brom. Brom. Er hat das gerade gesagt? Sehr gut. Ja, Brom, aber es kam auch schon aus dem Publikum. Es kam aus dem Publikum. Ihr seid gut, ihr seid gut. Ich weiß, was es ist. Hm? Ich weiß, was es ist. Prima. Willst du Lara helfen? Lara, willst du den Joker aus dem Publikum? Ja, bitte. Oh Gott. Ja, ja. Okay, für die Hörerinnen und Hörer, wir sehen ein aus drei Bildern zusammengesetztes Bild. Links ist das chemische Element Brr, also für Brom. Rechts ist ein Kragenbär und unten ein Schmetterling, den man natürlich auch als Falter bezeichnen kann. Klar, klar. Es könnte jetzt auch ein Chemie-Bär-Schmetterling sein, aber es ist ein Brom-Bär-Falter. Da sind wir jetzt natürlich bei deinem Podcast-Paten, dem Daniel, dem dieses Bild gewidmet ist. So. Genau. Der hat sich angestiftet, in den Käsekeller zu gehen, weil Schweizer kennt man ja und Schweizer auch schon. Ja, wir haben uns da gegenseitig ein bisschen angestiftet. Wir wollten einen neuen Podcast machen und wir dachten, hey, irgendwie was Spezielles ist und dann haben wir den Käsekeller gemacht, weil wir beide sehr gerne Käse mögen. Und ja, da probieren wir jetzt seit über einem Jahr schon immer wieder mal Käse, verschiedene Sorten und reden dann Fachsemmeln darüber, obwohl wir überhaupt keine Ahnung haben. Ach was. Und ich finde es sehr erstaunlich, seit ich diesen Podcast mache, habe ich etliche Leute immer wieder sagen, hey, das klingt immer so professionell, was ihr da macht. Und ich so, ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Das ist wirklich, wirklich mit dem Flow gehen und denken, hm, wir kriegen die halbe Stunde schon voll, reden wir nochmal drüber, wie der hat, die Konsistenz hat, ob er ein bisschen zu salzig ist, ob er ein bisschen zu fettig, wir drücken nochmal ein bisschen drauf und beschreiben das und das kommt scheinbar an, ja. Schön, sehr schön. Ich glaube, das ist das Verwunderlichste überhaupt noch, dass das ankommt, ja. Also ankommen ist ja sowieso im doppelten Sinne schwierig, weil ihr euch grundsätzlich Proben zu schickt, die nicht immer ankommen oder in einer Form ankommen, die jetzt mit dem Genuss vielleicht nicht mehr so hoch erregnet. Genau, genau. Warum funktioniert das so schlecht? Ja, fragt uns mal die Deutsche Post. Es ist vergermanisiert, oder was? Vermutlich. Nee, tatsächlich muss ich sagen, dass wir jetzt in, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt haben, 15 oder 16, tatsächlich noch nicht so viele verschimmelte Käse hatten, zumindest unwollentlich verschimmelte Käse. Achso, okay. Weil es gewissentlich auch Schimmelkäse, ne? Ja. Oder Blauschimmelkäse zum Beispiel. Gibt es? Ich darf aussprechen, wir haben 17 Episoden. Danke, okay, da warst du schon besser. Ich habe tatsächlich reingehört, ja. Ja, sehr schön, das freut uns beide sehr. Ich habe vor allem die Stelle, da musste ich sehr lachen, als Daniel degustierte, also im wahrsten Sinne des Wortes, degustierte er ein Stück Käse und dann, oh ja, das ist ja kernig und ich kann mir das gut vorstellen, eingewickelt in einer hauchzarten Schicht Serrano-Schinken und du sagtest, ja, oder überbacken. Das hat mich hier zerrissen. Ja, ich... Käse mit Käse überbacken ist sowieso das Allerbeste, ist klar. Ja, ich bin da ein bisschen unsensibel. Warum hat denn Daniel dich dann dafür ausgesucht? Ich weiß es nicht. Für das Kernige, oder? Frag ich, keine Ahnung. Nee, aber passt schon, ja. Ich hoffe, es ist witzig, muss ich sagen. Ja, danke. Aber mit dem Feedback läuft es nicht so gut, habe ich wahrgenommen, ne? Ja, wie es... Am Anfang war mehr Käse und jetzt ist weniger Käse. Ja, sie kommentieren nicht so häufig, was sehr schade ist, was wir hier Käsekeller-Zuhörer haben. Kommentiert mal. Sonst essen wir Ingwer wirklich Analogkäse. Der ist ja sogar gesund. Ist er? Mhm. Aha. Es gibt Menschen, die... Äh, die Veganer. Oh. Ja? Ja, gut, ich glaube, ich würde... Ich glaube nicht, dass man Vegan-Käse per se aus Analogkäse bezeichnen will, selbst wenn das der Fall ist. Nee, aber wenn du Käse haben möchtest, in dem kein Tier drin ist, dann kommst du wahrscheinlich nicht weit. Ja gut, aber... Ohne Analogkäse, oder? Ja, ja, aber Analogkäse ist halt negativ konnotiert, ne? Hm. Ähm, ja gut, vielleicht sollte man den Digitalkäse... Naja, gut. Ähm, das Besondere am Schweizer Käse sind ja eigentlich die Löcher. Das heißt ja so, da schmecken eigentlich... Also eigentlich schmecken nur die Löcher. Und der Rest ist nur Verpackung... Also das ist... Wie kommt das? Warum ist das so? Warum nur die Löcher... Also, bei Schweizer Käse kann man das nicht so generell sein. Gibt es eigentlich nur den einen Schweizer Käse? Oh, bitte nicht. Hauen wir nicht da an! Ich finde das ja sehr furchtbar, weil im englischsprachigen Raum... Ich glaube, ich habe Daniel Lautlachen hören gerade. Kann das sein? Im englischsprachigen Raum wird tatsächlich Emmentaler Käse aus Popstallers Swiss Cheese bezeichnet. Und dann gibt es in deren Vorstellung, gibt es einfach nur Swiss Cheese, was Emmentaler Käse ist. Okay. Es gibt ja nicht nur einen Schweizer Käse. Das ist der Nussige wohl? Oder ist das der... Der Emmentaler ist der, der richtig stinkt. Also ich meine, es gibt in Deutschland noch einen Allgäuer Emmentaler. Das ist der, wenn DHL dann so langsam gewesen wäre. Der ist ganz mild und der ist total harmlos. Und wenn du dann so einen richtig Schweizer Emmentaler reinbeißt, das sind Welten so. Aber wir haben alles andere. Wir haben Sprints, wir haben Telesite, wir haben zum Beispiel Scharfer Max, hatten wir glaube ich auch schon mal in der Folge. Stimmt, da habe ich noch gedacht, haben Sie jetzt einen dritten Menschen in der Produktion, aber okay, das war dann doch was anderes. Die Becky meinte, du musst mal vorwärts machen, sie hat jetzt auf die Uhr gezeigt. Oh, oh, wir sind noch lange nicht fertig, Becky. Wir haben doch vorhin überzogen, deswegen haben wir später angefangen. Wir konnten da nichts für, gar nicht. Du bist schon total ein Kotschackmann hier, meinst du. Ja, wir sind jetzt Potsdok. Also bitte, komm, Potsdok. Gut, dann lass uns jetzt einen harten Cut machen, damit das mit der Becky... Also Becky kann ja richtig böse werden, da habe ich ein bisschen Schiss. Also, da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie weiterkommen. Was hast du getan, dass du das schon erlebt hast? Nein, ich habe ihr nicht den Namen auf der Visitenkarte abgeschnitten. Du hast gerade aber was eingeworfen, was ich DHL gesagt habe. Meintest du DPD oder GLS? Ja, wir sollten einfach noch andere Dienstleister nennen. Ach, auch andere, Fotopost und... Ja, okay. Hä, habe ich Fotopost gesagt? Fotopost. Briefdarm? Also gut, schön war die Bemerkung auch von Daniel, dass doch derjenige, der als nächstes Mal Kommentare für den Kesselkeller schreibt, doch bitte erstmal die Spinnenweben aus dem Formular herausfegen soll. Großartig. Ich liebe Daniels Wortwitz immer wieder aufs Neue. Jetzt hast du aber noch ein Projekt gestartet, das startet morgen, wir sind also quasi... Vorpremiere, ja, genau. Wir machen die Vorpremiere, genau. Genau, ihr kriegt morgen die exklusive Vorpremiere zu sehen. Und da habe ich jetzt noch nicht so richtig viel von verstanden, außer es geht um uns, also die Menschen, so heißt das auch, Hashtag Mensch, und ihr startet, aber ihr habt schon alles fertig. Das ist sehr ungewöhnlich. Mehr oder weniger, ja. Ja, wie viel weniger? Ich denke, es ist alles fertig. Moment, lass mich überlegen. Wir haben... 15. Moment, neun von elf haben wir, neun von elf Folgen haben wir fertig. Und es gibt auch nur elf Folgen. Ihr wisst, dass ihr nur elf Folgen macht. Also in der ersten Staffel, ja. Das ist erstmal der erste Run quasi, ja. Okay, eine Fußballmannschaft. Kennen die dann alle gleichzeitig veröffentlicht oder nacheinander? Ne, nacheinander. Wir sind nicht Netflix. Noch nicht. Nein, also tatsächlich sind wir schon sehr lange in Vorproduktion. Also die erste Idee war im Dezember letztes Jahres. Dann habe ich, da war aber noch die Idee für ein Hashtag Mensch war mehr oder weniger damals eher so ein Podcast über Liebe und wie das Sexualität und Dating war damals so ein bisschen der Punkt. Und da habe ich dann nochmal über... Dann kommen die anderen und haben euch das Thema geklaut. Nee, tatsächlich ist das ursprünglich aus einer Idee entsprungen aus einem Podcast, wo ich mal über eine Sexologin geredet habe und ich da so dachte, das ist eigentlich doof, dass in der Podcastlandschaft, wenn es über Liebe oder weiß gut was geht, immer über Sexualität geht, dass es immer so vulgär ist. Und dann habe ich so gesagt, warum kann man das nicht auf einem normalen Niveau besprechen, ohne dass es gleich Bio-Unterricht ist, aber trotzdem immer noch so ein gewisses Niveau hat. Daraus hat sich dann diese Idee entwickelt. Da habe ich aber dann im Januar nochmal darüber nachgedacht, fand dann so, es ist ein bisschen zu einseitig. Und daraus habe ich dann das erste Konzept geschrieben, woraus dann Hashtag Mensch geworden ist. Und zwar ist Hashtag Mensch der Podcast, wie man immer so schön sagt, der Podcast, der dich thematisch von der Wiege bis ins Grab begleitet. Das heißt, das sind alle möglichen Themen, die hat das menschliche Leben betreffen können. Das kann, klar, kann es Liebe sein, aber es ist auch Familie, Kinder, es ist das Alter. Und aus diesen Themenbereichen haben wir dann verschiedene Folgen gestaltet. Wie gesagt, die haben im Januar angefangen. Dann im März, mehr oder weniger, habe ich einen Aufruf gemacht für Moderatoren. Da habe ich die Castings gemacht. Dann haben wir so im März, April angefangen mit der Vorproduktion. Das hat sich teilweise ein bisschen hingezogen, weil man musste Gäste finden, man musste ein Team finden. Und das musste alles abgeklärt werden. Und ich glaube, seit, ich weiß nicht, Mai oder Juni werden die ersten Folgen produziert. Und wie gesagt, neun von elf stehen jetzt mittlerweile. Und wir gehen am 31. August auf die Therian Start. Alle zwei Wochen kommt eine Folge heraus. Und das ist zu verschiedensten Themen, die man sich vorstellen kann. Wo nimmst du die Themen her? Ich meine, der Begriff Mensch ist ja wirklich, wenn du sagst, von der Wiege bis zur Bahre, oder von der Befruchtung bis zur Bahre, wenn man so will, ist ja nun wirklich sehr, sehr umfangreich. Und wie hast du die Auswahl getroffen? Also wir haben die gemeinsam getroffen im Team. Wir waren ursprünglich... Team, wer ist Team? Team waren ursprünglich zwölf Leute. Mittlerweile sind es nur noch neun. Wir sind zu neunt. Okay. Das heißt, wir haben verschiedene, immer zwei Teams gehabt, die gesagt haben, hey, ich möchte gerne dieses Thema machen und lassen gucken, ob wir irgendwie einen Gast finden. Und dann wurde er geguckt, wurde ein Gast gefunden, super Aufnahme gemacht. Teilweise muss er das Thema nochmal ändern. Ja, wir haben halt gesagt, also meine Grundidee war halt, ich möchte gerne einen Podcast haben, der man wirklich weit entwickeln kann. Wo man sagt, wir haben kein festes Thema. Wir wollen auch nicht unbedingt ein Podcast sein, der man von A bis Z durchhört. Also nicht, der auch wirklich per se nicht die typischen Podcast-Hörer anspricht, sondern auch Leute, die nicht unbedingt Podcast hören, sondern die vielleicht sagen, hey, oh, das Thema interessiert mich, da möchte ich jetzt reinhören. Also es ist weniger dieses Folge zu Folge zu Folge, sondern vielleicht mal die vierte Folge, vielleicht mal die siebte Folge, weil es genau das Thema ist. Oder vielleicht auch für die Leute, die extrem großes Interesse haben. Viele Leute sind ja auch oft sehr vielseitig interessiert und sagen, hey, das ist ein toller Podcast, da geht es jetzt nicht nur um Technik oder nur um Reisen, sondern da geht es um alle möglichen Sachen. Und das Kriterium ist wirklich so, solange es quasi in einem menschlichen Leben passieren könnte, dass das ist, darüber können wir reden. Deswegen haben wir einen extrem großen, vielfältigen Podcast. Aber warum dann nicht alle gleichzeitig veröffentlichen, so wie Sebastian das gerade überlegt hatte? Weil, ja, da hat man ein bisschen länger was davon. Ich habe mir diese Frage tatsächlich nie gestellt, weil das halt auch nicht unbedingt so typisch ist auf einmal. Zudem wir dann auch sagen könnten, okay, wir müssten viel, viel mehr noch nachproduzieren, weil wir möchten halt wirklich im Fluss bleiben. Haben wir uns gesagt, so okay, alle zwei Wochen finden wir ordentlich, weil wir haben ungefähr so eine Lauftauer, abhängig von Folge von eine Dreiviertelstunde bis auch mal so 80 Minuten. Das ist, glaube ich, das längste bisher. Und dementsprechend, ja, hat jeder mal so zwei Wochen Zeit, das zu hören oder nachzuhören oder wie auch immer. Oder wie gesagt, er hört nur selektiv. Podcasts im großen Team zu produzieren, ist ja eine ziemliche Herausforderung. Also der ohne Q da hinten, der kann ja ein Lied davon singen und das hat er ja auch schon ein paar Mal getan, wie man das, also wie man diese unterschiedlichen Ideen auf der einen Seite, aber auch die Beiträge müssen ja irgendwie koordiniert werden und so weiter. Wie hast du es gelöst? Also ich bin quasi die Produzentin des Podcasts, ich habe die ganzen Management-Sachen gemacht, ich war auch in insgesamt fünf Folgen jetzt dann dabei, also habe auch moderiert. Und wir haben das wirklich gelöst, indem ich halt, wir haben Slack aufgemacht, ich habe versucht, die Leute alle zu koordinieren, wir haben versucht, Teams zu bilden, die dann gesagt haben, ich möchte gerne dies und jenes Thema machen. Das haben wir dann gemacht, ich habe dann geguckt, hey, wie läuft's, haben wir mal nachgefragt, wenn's gehakt hat, etc. Und habe auch alles andere, quasi die ganze Infrastruktur geschaffen und Social Media und so und dementsprechend hatte ich relativ viel zu tun und es ist die größte Herausforderung meines Lebens gewesen. Also ich muss sagen, es ist eine absolut tolle Herausforderung gewesen, aber es ist auch eine gewesen, die manchmal sehr, sehr schwer war, wo ich so dachte, aber ich habe noch nie so viel gelernt in meinem Leben wie in diesem Podcast als Produzentin. Was muss denn passieren, dass es eine Staffel zwei gibt? Die wird es auf jeden Fall geben. Oh, du willst dir das nochmal antun. Das klang gerade nämlich eher so nach dem, ja, ist es vorbei und Gott sei Dank, dass es vorbei ist. Nein, 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 das nicht. Also ich habe, wie gesagt, zu sagen, es ist immer alles super, ist das eine, aber wenn es nicht der Wahrheit entspricht, nee, also es ist natürlich immer ein Prozess, wo du auch dran wachsen musst, wo wir auch dran wachsen müssen. Wir werden auf jeden Fall eine zweite Staffel machen. Wir werden sicherlich auch, denke ich, von Formaten war es auch mal ändern. Mal schauen, ob wir vielleicht, was ich schon mal mit einem Teammitglied besprochen habe, dass wir zum Beispiel eine Reportage machen, anstatt ein Gespräch. Das werden wir sicherlich machen und das wird sicherlich auch nochmal einen Aufruf geben, dass Leute sich wieder beteiligen können am Podcast. So bist du auch an die Crew gekommen, indem du einen Aufruf im Sendegate, glaube ich, gemacht hast, oder? Ja, genau. Ich habe ein Sendegate und in diversen anderen, auf Social Media habe ich Twitter, Facebook, etc. habe ich Leute angeschrieben und habe gesagt, hey, hier habe ich mehr wegen ein Stellenangebot geschrieben und ich habe tatsächlich wirklich Bewerbungen gekriegt und das war wirklich gruselig. Ich dachte, das erste Mal, jetzt bin ich wirklich erwachsen. Jemand schreibt mir eine Bewerbung. Mit Gehaltsvorstellungen? Nein, leider nicht. Wie leider nicht? Hättest du denen was zum Vergeben? Also für die zweite Staffel alle mal höher hören? Das kann man leider noch nicht bieten, nein. Aber tatsächlich, ja, hatte ich relativ viele Leute, die sich dafür interessiert haben, haben mit vielen gesprochen und einige sind auch wirklich ins Team gekommen und das hat gut geklappt und das wird es auf jeden Fall auch wieder geben. Ist das ein Hobbyprojekt, ein Amateurprojekt oder hast du da irgendeine Perspektive, da vielleicht auch mehr so professionell einzusteigen? Also ja, also einerseits… Ja, wie ja, das war eine Oder-Frage, da kannst du ja mit Ja antworten. Grün oder blau, ja. Also es ist bisher ein Hobbyprojekt, aber ich bin halt Studentin, ich habe heute auch verdammt viel Zeit, gerade in Semesterferien und… Das verkneife ich mir jetzt. Und dementsprechend konnte ich da auch ganz viel Zeit investieren, was vielleicht über das normale Hobby hinweg geht. Auf jeden Fall möchte ich selbst, wie gesagt, ich mache einen Medienstudiengang und ich möchte auf jeden Fall, für mich ist Podcast ein wichtiger Teil meines Lebens und ich werde es sicherlich auch, ich weiß nicht in wie vielen Stunden auf jeden Fall, auch nach dem Bachelor weitermachen. Und ja, und das auf jeden Fall ist das Hashtag Mensch soll ein Projekt sein, was auch groß ist. Also es soll auch wiedererkannt werden, aber ich habe jetzt nicht das Ziel, dass wir in zwei Jahren bei den iTunes-Charts ganz oben sein müssen. Das ist nicht. Wir gucken mal, wie es einfach funktioniert. Wir warten mal ab, wie die Leute reagieren. Und ja, wir schauen dann einfach da weiter. Mhm. Weil die Mensch sein, die Facette Mensch sein, die ist ja so unendlich groß. Ich bin echt neugierig auf die Themenauswahl, die ihr dann getroffen habt und vor allen Dingen auch, wie ihr das Ganze aufbereitet. Wir werden morgen den, also jetzt ist ja quasi, wir machen mal so ein bisschen Meta darüber, morgen ist tatsächlich der Startschluss von etwas, was dann im Ende August, glaube ich, richtig groß geht. Was würden wir uns morgen erwarten? Also morgen kriegt ihr, aus drei Folgen kriegt ihr quasi ein Amis Busch, so ein mehr oder weniger Ausschnitte mit den jeweiligen Moderatoren. Ich hatte nämlich das Glück, dass zwei Teammitglieder auch hier sind, jetzt beim Podstock. Und die werden so ein bisschen was dazu erzählen, wie es zu diesen Folgen kamen, wie sie überhaupt zum Podcast gekommen sind, zum Hashtag Mensch gekommen sind. Und ja, ich werde jetzt so ein bisschen quasi auch, ich werde auch ein bisschen erzählen, was in der ersten Staffel geht, was euch so ein bisschen erwartet und einfach so ein bisschen Ausblick geben, damit die Leute dann am 31. August sagen können, hey, das möchte ich gerne hören oder, nee, das ist nicht mein Fall. Weil auf jeden Fall so ein bisschen, so ein bisschen andeasern, so ein bisschen, ja, zufüttern und sagen, hey, das könnt ihr euch erwarten. Okay, wie viel Uhr morgen? Elf. Elf Uhr hier auf dieser Bühne? Jung. Okay, also alle wiederkommen, elf Uhr auf dieser Bühne. Wenn wir keinen Ärger mit der Becci bekommen, würde ich das Gespräch tatsächlich langsam ein bisschen zu erinnern bringen. Obwohl ich mich gerade warm geredet habe und tatsächlich meine Neugier wächst, aber wir müssen auch noch auf die Termine kommen. Genau. Nur vorher, möchte ich noch eine Sache klären. Ich las letztens einen Tweet, da hattest du ein andeiges Dokument fotografiert und das war ein Antrag, wenn ich das richtig deute, ein Antrag auf Einbürgerung. Genau, das ist richtig. Was hast du vor? Ja, ich werde eingebürgert. Du wirst Deutsche werden? Also ich werde definitiv Deutsche, weil es ist positiv quasi... Ist schon beschieden? Ja, schon nach drei Wochen, das habe ich übrigens noch nie erlebt, Behörden nach drei Wochen, habe ich vor zwei oder drei Tagen einen Brief gekriegt, ja, wurde positiv entschieden. Ihr Einbürgerungsurkunde wird an ihren Wohnungen geschickt und ja, Gratulation. Würde ich auch sagen, von einem Schwecksicht war ja auch nie die Rede, also von daher, warum die Eile jetzt sozusagen? Nein, also es gibt ja, es kann ja gar keinen Schwecksicht geben, weil die Schweiz ja nicht in der EU ist. Also für mich ist einerseits, wie gesagt, ich lebe gerne in Deutschland, ich bin gerne in Deutschland und ich möchte auf jeden Fall... Keine Fakten, komm, also wirklich, wer braucht die schon noch? Nee, aber auf jeden Fall, ja, ich möchte auch gerne hier ein Mitbestimmungsrecht haben und für mich ist das ganz klar. Ich kann ja auch Doppel-Stadtsbürgerin sein, werde ich auch sein und dementsprechend waren es meine acht Jahre um und nach acht Jahren kann man sich in Deutschland nach... Es gibt eine Anspruchseinbürgerung, da kann man quasi eine Einbürgerung stellen und wenn man beweisen kann, dass man acht Jahre da war, keinen Mist angestellt hat, etc., etc., dann... Was wolltest du? Ja, ich habe keinen Mist angestellt, ja, aber ich war acht Jahre da. Ja, und bin der deutschen Sprache mächtig, also ja. Ja, das haben die Berner ja schon gesagt, das ist ja, was du da redest, ist kein Schweizerdeutsch mehr, von daher muss das ja irgendwas anderes sein, genau. Musstest du denn einen Einbürgerungstest machen? Tatsächlich nicht, weil ich ein Abitur habe. Was? Ja, du musst tatsächlich keinen Einbürgerungstest machen, wenn du einen Schulabstoß hast in Deutschland und deswegen musste ich auch keinen Sprachtest machen. Ich habe mich mal mit dem Thema Einbürgerungstest ein ganz kurzes Moment beschäftigt, habe ihn tatsächlich dann auch gemacht, den es da so online gibt. Man braucht nur 13 von 30 Punkten und ich wäre gerade so eingebürgert worden. Oh Gott. Glück gehabt, aber was ich festgestellt habe, es gibt Einbürgerungstests für jedes Bundesland extra. Also da wird immer so ein Block allgemeine Fragen und dann kommen spezielle Fragen und wir haben so ein paar von Hessen vorbereitet. Oh Gott. Gut, muss ich den nicht wirklich nehmen. Wir machen jetzt nur drei, würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit und wir haben dir dann auch was zum Gewinnen mitgebracht. Okay. Leckeren Babybell. Weißt du übrigens, wie diese Wachsfolie da drumherum kommt? Nee. Nee, auch nicht. Tatsächlich nicht, nein. Ich habe letztens eine Doku gesehen über die Herstellung von Babybell, fand ich total fasziniert, weil ich dachte, das ist so eine dicke Wurst und dann werden einfach so Stücke abgeschnitten. Nein, die haben lauter einzelne kleine Förmchen, wo sie da diese Tunke da reintun und dann reift das da so vor sich hin. Die machen mit den kleinen Dingern genau das gleiche wie mit den großen. Das ist völlig irre. Und dann kamen sie an die Abteilung, wo diese Wachsschicht drumherum ist und da durften sie nicht filmen. Das ist das große Geheimnis von Babybell, wie diese Wachsschicht drumherum kommt. Sollte das irgendjemand in den nächsten Tagen rauskriegen, ich habe ein großes Ohr dafür. Ich würde wirklich gerne wissen, wie das geht. Aber das Kamerateam wurde tatsächlich rausgeworfen. Nein, an der Stelle nicht. Das muss das große Geheimnis sein. Ja, dann? Ich wage ja nur, das zu benutzen, weil ihr das im Käsekeller erwähnt habt. Ich hätte ja nicht gedacht, das ist ja so für echte... Kinderkäse. Ja, aber mit Maggi schmeckt das dann doch schon bestimmt. Oh Gott. Ganz tapfer sein. Ich übergebe jetzt mal an den Showmaster zu meiner Linken, Lars. Übrigens, was ich mir einfiele, viele Worte, ist mal ganz hart, gar nichts damit zu... Viele Worte wären ja viel schöner, wenn man sie mit M beginnen würde, ne? Okay. Hildesheim würde Mildesheim heißen, wäre das nicht schön? Ich bin da ziemlich unentschieden. Oder Lars würde Mars heißen. Ne, der Raumfahrt... Oder Martin würde Martin heißen. Okay, die Idee hat Grenzen irgendwie. Mara und Memastian. Was? Oder Modstock. Ich kann irgendwie nicht folgen. Modstock. Modstock ist auch nicht schlecht. Okay, jetzt also nach Hessen. Messen. Ja. Wir messen in Hessen. Zur Meinbürgerung. Mach mal. Mach mal. Okay. Du willst aber noch erklären, was wir jetzt tun, oder? Ja, also beim Einbürgerungstest ist es so, das ist so eine Multiple-Choice-Geschichte. Da bekommt man also Fragen. Im ersten Teil halt allgemeine Fragen. Was weiß ich? Wie heißt die Bundeshauptstadt oder so? Und dann gibt es im hinteren Teil, gibt es dann speziell auf das Land, wo man eingebürgert wird, möchte spezielle Fragen. Ich denke, du willst nach Hessen eingebürgert werden. Wir haben uns ja zu hessischen Fragen vorbereitet. Ja, ja, ja. Ich lebe ja auch in der hessischen Landeshauptstadt. Ja, aber kann ja sein, dass du nochmal umziehst. Friesland ist auch schön. Das glaube ich gerne. Das glaube ich gerne. Und die reden noch langsamer. Zweite Chance fürs Ruhrgebiet. Ja, oder so. Versuch's mal in Bochum. Ich weiß nicht. Okay, Lars, du hast drei Fragen aus dem Stand? Drei Fragen aus dem Stand? Ja. Welche Farben hat die Landesflagge von Hessen? Blau-Weiß-Rot, Rot-Weiß, Schwarz-Gold, Grün-Weiß-Rot? Ah, yes. Was war nochmal das Erste? Das Erste war Blau-Weiß-Rot. Cyan, Orange. Es gab es noch irgendwie, also es hat auf jeden Fall Blau... Weiß ist irgendjemand? Blau-Weiß. Ja, auf jeden Fall Blau-Weiß-Rot. Oh, jemand weiß ist super. Ja, ja. Dann wird geschnipst. Der kommt nicht dran. Ja, es ist doch mit dem Löwen drin. Ich habe das heute auch gesehen auf der Autobahn. Blau-Weiß-Rot, oder? Oh Gott, bin ich... Du kannst den Joker ziehen, wenn du möchtest. Wer hat denn da überhaupt... Wer ist denn das? Ich weiß es nicht. Ich sehe die meisten Leute nicht mehr in der zweiten Reihe. Ist das der Ludger? Ludger, du kennst dich aus? Komm, hilf mal. Sag mal was. Hast du es auflösen können? Ich habe es nicht verstanden. Magst du einmal hier reinsprechen? Oder jedenfalls so laut, dass wir es hören können? Oh, wer hat denn diesen Stuhl gemacht? I think it's one. I think it's Blau-Weiß-Rot. You think it's one. It's blue, white, red. Okay. Okay, dann bleibe ich auch bei dieser Wahl. Deutsch können doch Fremdsprachen. Kannst du auch noch mal hier gucken. Ist richtig? Nö. Komm, hier ein Trost. Ludger, Ludger. Trostkäse. Ein Trostkäse. So, was ist die richtige Lösung? Die offizielle Antwort ist Rot-Weiß. Ah. Das kann man sich ganz einfach merken. Rot-Weiß-Hessen. Wobei das Land... Ich hätte jetzt Pommes-Rot-Weiß. Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch blau. Das Landeswappen ist ja tatsächlich blau-weiß-rot. Hier steht Landesflagge. Ja, genau. Flagge, Flagge, Wappen. Vielleicht kam das... Ja, das ist natürlich... Das ist klar. Ich möchte den zweiten Babybel haben. Ja, nix so. Yes! Wofür war der jetzt? Für das Wappen. Er hat das Wappen genannt. Ja. Hallo. Was ist denn das für eine Korinntenkackereite? Geh weg. Was ist das für eine Korinntenkackerei? Wurde uns an den Kopf geworfen. Sehr schön. Bist du bereit für eine zweite Frage? Ja, bin ich. Bala ist belastbar hier. Welches ist dein Landkreis in Hessen? Ammerland, Altötting, Prignitz, Main-Taunus-Kreis? Ah, Main-Taunus-Kreis. Das war... Boah. Käse? Super. Der gehört dir. So, machen wir mal ein bisschen hier. Die Landeshauptstadt von Hessen, das hatten wir ja schon. Düsseldorf? Nee. Bitte? Ich war ganz... Wie nennt man den Regierungschef die Regierungschefin in Hessen? Erster Minister, erste Ministerin, Premierministerin, Bürgermeisterin oder Ministerpräsidentin? Wie war das denn? Die war... Da steht's. Wie nennt man den Regierungschef? Ja, die Lösung ist unterstrichen. Wir müssen aufpassen hier. Ich kann das sowieso nicht. Ich kenne nur das großgeschriebene Regierungschef. Regierungschef. Also Chefin, Chefin der Regierung. Ich rate mal Ministerpräsident. Sehr richtig. Boah. Super. Hab's vermutlich irgendwo mal gehört. Das mit diesen Jahren, das war doch interessant. Das hat mich nämlich total schutzig gemacht. Dies oder das? Das erste, da oben. Für wie viele Jahre wird der Landtag in Hessen gewählt? Drei, vier, fünf oder sechs? Also auf jeden Fall dieses Jahr? Vier? Ja, 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 ja. Ich hab nachgeguckt. 28. Oktober ist es nämlich. 2018. Wird er das nächste Mal gewählt? 28. Oktober dieses Jahres. Ja, und dann danach. Gut, das ist jetzt, wir tun jetzt so, als wären wir da schon. Und dann danach. Das wäre ja dann 18. Also irritiert mich gerade, weil ich hab mal gehört, die hätten nämlich eine Abstimmung geschoben. Ich weiß nicht, es müsste eigentlich vier Jahre sein. Wir sind doch immer vier Jahre. Das hab ich auch gedacht. Und? Es sind aber fünf, vermutlich. Ja. Dann kriegst du ja den Käse trotzdem noch. Das sind die, ne? In Hessen haben die Dinge eben Bestand. Ja. Da nicht das neumodische Schnickschnack da. Was, 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 was? Was? Okay. Das sind fast allen Landtagen so. Nicht in allen, aber in vielen. Okay. Oh Gott. Ich bin froh, wenn sie mich nicht wieder ausbürgern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ist ja ein Thema. Naja. Du musst dann nach Friesland. Och. Wie war das noch? Wie viele Fehler kann ich noch machen, bitte? Also ich hätte nichts gegen Friesland. So ist es nicht. Es ist ein schönes Land. Auch schön flach. Keine Berge. Dann sehen wir uns auch. Ja genau, dann kann ich dir zuwinken. Liebe Lara, ganz herzlichen Dank, dass du uns so schön von deinem Podcast erzählt hast von den dreien jetzt eine, die dein Podcast. Haben wir irgendeines vergessen? Haben wir irgendwas unter den Tisch fallen lassen? Nö. Das sind drei Stück. Genau. Drei Stück. Davon haben wir gesprochen. Becci, bevor die uns hier von der Bühne fegt, ich würde gerne noch eben die Termine der nächsten Zeit mitnehmen. Wir machen auch immer so ein bisschen Service, also neben dem Gespräch versuchen wir auch immer so ein bisschen Service zu machen. Also was hat es an technischen Themen gegeben? Gibt es irgendwelche technischen Sachen? So ein bisschen Schnibbelkram habe ich zusammengeschrieben. Den wir aber kürzen könnten. Das war sowieso nicht viel. Dann können wir es auch streichen. Ja, also. Ich meine, da sind Sie Zeugen der Redaktionskonferenz des Sendegards. Ist es zeitlich relevant? Ist es relevant? Ist es dringend? Also es gibt dieses Jahr keine Subscribe mehr, die gibt es nächstes Jahr im März. Dann wurde vom Podcastverein der Ablauf des Podcastpreises des nächsten kundgetan unter podcastpreis.de oder podcastverein.de oder so. Irgendwo kann man da die Infos nachlesen. Also ein bisschen mehr Präzision jetzt aber hier irgendwo. Hetzt mich nicht. Und Apple geht jetzt gegen Keyword-Spamming in iTunes vor, dass man also die Autoren und sowieso Felder eben nicht mit irgendwelchen Keywords vollballern soll. Da gab es eine Info von Podigy bei Twitter. Wie, da darf ich nicht mehr Müller reinschreiben, wenn er Müller heißt? Oder was? Du sollst nicht irgendwelche Keywords in... Ja, aber Müller ist doch ein Keyword, oder nicht? Du meinst ja jetzt nicht ernst. Du willst jetzt nicht deinen Namen Martin Rützler mit irgendwelchen Metatext über deinen Podcast vollstopfen, sondern du heißt Martin Rützler. Und nicht Martin Rützler Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Du bringst mich auf Ideen. Gern geschehen. Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Da müsst ihr noch tanzen lernen. Okay. Weiter bitte. Ich muss alles jetzt mal vorlesen. Ja, lassen wir den Jingle aus und kommen zu den Terminen? Ja. Wenn es einfacher geht, wenn es einfacher ist, wenn du den Jingle noch jingeln kannst. Also irgendwo in den Untiefen dieses... Rock'n'Roll. 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 Kommen wir zu den Terminen für die nächsten ungefähr drei Monate im Podcast-Land. Und da schalte ich wie immer zu meinem bewährten Kollegen Lars. Das war sehr monsequent. Die Podcast-Termine der nächsten drei Monate wie immer aus dem Sendegate. Das ist ein Wiki. Dort können also Termine auch nachgetragen und editiert und vervollständigt werden. Wer das tun möchte, dann taucht das hier. Bitte? Kein Miki. Ich habe ihn totgeritten. Es ist... Ich hatte jetzt den... Oh, okay. Irgendwas fliegt hier. Das Niveau. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist uns gerade davon geflogen. So, fangen wir mal an mit den Terminen. Von der ersten Veranstaltung haben wir heute schon ein kleines bisschen was mitgekriegt. Von heute bis zum 19. August gibt es das im Modstock. Da geht es um Modcast, Mestival und Marcamp. Und das Ganze findet statt in der Multurherberge in der Nähe von Malfeld. Nicht weit von Wildesheim. Jetzt geht es nicht mehr. Supermars. Supermars. Ja. Weitere Infos gibt es unter podstock.de. Maikonur. Ja. Oh, meine Güte. Meine Müff... Man kommt nicht mehr raus, ne? Das ist eine... Hörst du jetzt aus? Weiter geht es dann vom 8. bis zum 15. September. Da gibt es wieder die digitale Woche Meal. Du hast es. Du hast es. Im Rahmen dieser Woche soll es dann am 15. September wieder einen Podcast-Tag geben. Und da gibt es dann Frühstück, Workshops und Live-Podcasting. Und im Internet kann man natürlich da vieles weiteres drüber nachlesen. Am 30. September ist dann wieder der International Podcast Day. Der möchte Podcasting weltweit bekannt machen. Wie das funktionieren soll, wie man sich beteiligen kann und alles weitere, Das erfährt man im Web unter internationalpodcastday.com Dann treffen sich die Wissenschafts-PodcasterInnen auch wieder. Dieses Mal in Kiel. Das Treffen heißt Ganzohr und findet statt vom 28. bis zum 30. September. Weitere Infos gibt es unter wissenschaftspodcast.de Habe ich... Ja, ich habe Kiel gesagt, ne? Ja, Wien. Wien. Das ist ein Running-Gag. Das hast du das letzte Mal auch schon gemacht. Das ist das letzte Mal auch schon passiert, ja. Ja, das ist diese Vokale hintereinander. Kiel, Wien. Das ist wirklich... Tückisch. Ja. Ja, tückisch. Hier steht Wien. Das ist ja wie Röschenhof. Ich kann nur nicht lesen. Röschenhof. Am 5. Röschenhof. Nein, nein. Ölböhr-Quölle. Ölböhr. Wie war das noch? Ölböhr-Turm. Ja, bei der Explosion einer... Also radiopan.de, das ist nur dazu Aufklärung. Äh, köstlich. Sehr köstlich. Da werden auch solche Sachen wie Kiel und Wien verwechselt. Nicht in Kiel und nicht in Wien, sondern in Essen. Da gibt es dann wieder das Podcaster-Treffen Pottruhr. Und zwar dieses Mal am 5. Oktober. Wie immer im Unperfekthaus. Und wie immer fängt es um 19 Uhr an. Weitere Infos dazu gibt es unter potruhr.de. Da sehen wir auch den Hallo vielleicht wieder. Bitte? Den Hallo sehen wir vielleicht da wieder. Ah. Von den sibyllinischen Neuigkeiten. Alle mal reinhören. So eine Art Setzling machen heute keine. Entschuldigung. Mause beendet. Mein Gemühen. Am 20. Oktober wird gefeiert. Der Podcast Omega Tau feiert sein 10-jähriges. Und das Ganze gibt es in Frankfurt am Main. Da gibt es ein Hörerinnen-Treffen, Vorträge, Essen und Party. Am Nachmittag gibt es die Möglichkeit, das Senckenberg-Naturkundemuseum zu besuchen. Und alles, was man wissen muss, findet man unter omegatau-podcast.net. Und ich habe heute gelesen, da war ja so ein bisschen ein kleiner Vorbehalt noch gewesen, ob man genug Leute zusammenkriegt. Heute kam bei Twitter die Meldung, es sind genug Leute zusammen. Es findet definitiv statt. Es gibt aber eben noch Karten. Man kann also noch teilnehmen. Und auch bei der Führung im Naturkundemuseum kann man sich auch noch anmelden. Als nächstes habe ich Bits und So, Hashtag 500-600. Das Ganze findet statt am 21. Oktober in München im Freiheits. Los geht es um 14 Uhr. Das kann sich aber auch noch ein bisschen verschieben. Auf der Webseite unter www.bitsundso.de kann man sich da aktuell halten. Und am Schluss habe ich noch den Potappler-Workshop-Tag. Der ist am 17. November von 9 bis 18 Uhr. Da habe ich allerdings noch keine weiteren Infos gefunden über das Was und Wo. Da muss man einfach mal ein bisschen beim Sendegeld ein bisschen weiter stöbern. Wie gesagt, im Termin-Wiki gibt es weitere Links zu allem, was man wissen muss und genauere Adressen und so weiter. Und das wäre es für dieses Mal mit den Terminen. Ganz, ganz herzlich in deinen Glas. Wunderbar. Senckenberg-Museum muss ich dran. Ich war da schon mal. Und man kann tatsächlich unten im Eingangsbereich unter einem echten Dino-Lauria-Skelett so herumlaufen. Wenn man sich vorstellt, wie alt das Zeug da ist, was da steht, hat ein bisschen Ehrfurcht in mir erzeugt. Kommt man sich plötzlich wieder jung vor? Das war es. Jetzt weiß ich es. Ja, genau. Ich kam mir plötzlich wieder jung vor. Das war jetzt gar nicht auf dich gemünzt. Nö, nö, nö. Nö, nö, ich muss da mal hin, denke ich. Verstehe schon, verstehe schon. Okay, du musst da hin. Wir müssen auch von der Bühne. Ich danke ganz herzlich allen, die da gewesen sind, allen, die hier zugehört haben, aber ganz besonders natürlich der Lehrer, der Auslandsschweizerin. Ja, das passt ja dann irgendwie nicht mehr. Die Inlandsdeutsche klingt aber auch doof irgendwie, ne? Nö, also Auslandsschweizerin werde ich für die Schweizer auf jeden Fall immer sein. Ich bin dann halt auch Deutsche. Ja, warum auch nicht. Vielfalt ist alles, genau. Alles geht auch gut zusammen. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für die Erklärung. Morgen um 11 Uhr gibt es weitere Informationen zur Hashtag Mensch. Was könnte das sein? Keine Ahnung. Ihr müsst euch überraschen lassen. Ja, genau. Das wird spannend. Dankeschön an Sebastian, der hier die Stellung gehalten hat die ganze Zeit. Vor allem, dass du den Kabelbaum so brav gebaut hast. Ganz großes Lob. Also ich habe ihn ja nicht gebaut, sondern nur wieder ein Standort. gestauriert sozusagen. Das ist eine regelmäßige Aufgabe. Das wieder in Stand zu setzen. Okay, das wird meine Regelung. Zu jeder Sendung? Muss ich den jetzt mitnehmen? Nein, immer nur zu Potsdok. Achso, okay. Einmal im Jahr. Das kriegen wir hin. Ja? Okay, vereinbart. So, bitte was? Und auch an den Weltraum-Experten an meiner Seite. Lars, Mars, Lars. Hast du eigentlich gemerkt, dass Astronomie und Gastronomie total eng verwandte Worte sind? Ja. Ja, das ist irre, ne? Ja. Wusstest du das? Oh, eine Pottnisse. Ja, damit wollte ich eigentlich enden. Danke für die Anlenkung. Ich wollte sagen, wir haben ja Spinnen und so weiter, alles um Pottnissen. Vorhin kam noch die Frage, wo sind schon zwei? Oh, es sind nur eine. Es sind vier. Okay, wir verlassen dann mal dieses... Ja, Becky droht mit einem Mob. Okay. Mit einem Mob. Mit einem Wäschemob. Alles klar. Das ist der Sendegarten. Wir versuchen alle 14 Tage zu senden. Jetzt hatten wir im Sommer ein bisschen ein größeres Loch. Wir werden weiterhin spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einladen, so wie heute die Lara. Ganz herzlichen Dank nochmal. Hashtag Mensch, Auslandsschweizerin und den Käsekeller. Nicht vergessen, denn da gibt es so leckere Sachen, wie hier verpackt ist. Dankeschön und tschüss zusammen. Tschüss. Da kommt der Schrober. Sie meint es echt. Oh, ja. Sehr gut. Sehr gut. Die können doch tatsächlich jetzt um Viertel nach anfangen. Ist doch alles richtig. Dankeschön.